In diesem Teil meines Crash-Kurses möchte ich dir einige sogenannte Komfort-Features zeigen. Diese Features ermöglichen es dir beispielsweise, zeitversetzt Chat-Nachrichten zu schicken, die Zeiten bei Aufgaben zu planen und auch auf deinem Mobilgerät die Benachrichtigungseinstellungen zu verwalten. Ich befinde mich hier bereits in der Team-Uns-Umgebung in einem Chat mit einem Testschüler und ich möchte nun eine Nachricht schicken. Manchmal passiert es mir, dass ich noch eine Nachricht an einen Schüler oder Schüler schicken möchte, die ich zuvor vergessen habe. Es kann dann natürlich sein, dass die Uhrzeit nicht mehr passend ist und ich möchte auch nicht meine Schülerinnen und Schüler mitten in der Nacht mit Nachrichten in Teams belästigen. Da ist es praktisch, dass man Nachrichten im Chat auch zeitversetzt schicken kann. Ich habe hier nun eine Nachricht geschrieben, Hallo, da du morgen nicht in der Schule bist, bitte am Freitag die Unterschrift für den Ausflug nicht vergessen. Möchte ich nun, dass diese Nachricht erst am nächsten Tag in der Früh abgeschickt wird, klicke ich nun mit der rechten Maustaste auf diesen Sendenpfeil und ich erhalte nun ein Pop-Up-Fenster, in dem ich festlegen kann, dass diese Nachricht erst am nächsten Tag verschickt werden soll, und zwar um 8 Uhr. Mit einem Klick auf zur geplanten Zeit senden wird mit dieser Nachricht nun das geplante Sendedatum angezeigt. Mit einem Klick darauf könntest du es noch einmal bearbeiten oder diesen Zeitplan auch verwerfen. Möchte ich die Nachricht aber nun zum geplanten Zeitpunkt senden, klicke ich nun noch einmal auf den Sendenpfeil, dieses Mal allerdings mit der linken Maustaste, und diese Nachricht ist nun geplant und wird morgen um 8 Uhr gesendet. Ein weiteres praktisches Feature findet sich in der Aufgabenverwaltung deiner Teams. Hier klickst du rechts auf das Zahnrad-Symbol und du kannst hier nun standardmäßig das Fälligkeitsdatum für zukünftige Aufgaben festlegen. Teams hat hier 23.59 Uhr voreingestellt und ich persönlich möchte hier gerne einen passenderen Zeitpunkt einstellen. Ich stelle nun also ein, dass alle Aufgaben, die in Zukunft in diesem Team gestellt werden, als Zeitpunkt für den standardmäßigen Fälligkeitstermin 18 Uhr haben. Das nächste Feature, das ich dir zeigen möchte, ist dir ziemlich sicher schon bekannt, aber der Vollständigkeit halber hat es auch den Weg in dieses Video gefunden. Erstellst du eine neue Aufgabe, kannst du hier rechts unter dem Punkt Bearbeiten die Zuweisung dieser Aufgabe planen. Das ist vor allem praktisch, wenn du deine Aufgaben im Vorhinein planst, zum Beispiel schon für die kommende Woche. Ich persönlich arbeite gern später am Abend und möchte es vermeiden, wenn ich Aufgaben zuweise, dass bei meinen Schülerinnen und Schülern spätabends noch Pop-Ups in Teams aufspringen. Daher aktiviere ich hier den Zeitplan und für diese Aufgabe lege ich fest, dass sie am nächsten Tag um 11.30 Uhr zugewiesen werden soll. Zuerst haben wir bereits 18 Uhr als Fälligkeitsdatum in den allgemeinen Aufgabeneinstellungen festgelegt und damit bin ich zufrieden und klicke nun auf Fertig. Dadurch kann ich auch später am Abend noch Aufgaben zuweisen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Aufgaben allerdings erst zu meiner festgelegten Zeit zugewiesen. Da viele Nutzer Teams nicht nur in der Desktop-Version nutzen, sondern auch auf dem Mobilgerät, wechsle ich nun noch auf mein Smartphone und zeige dir nun noch das letzte Komfort-Feature. Ich habe die Teams-App bereits auf meinem Smartphone geöffnet und links oben auf mein Profilbild geklickt. Dadurch öffnet sich nun dieses Fenster und ich kann im Bereich Benachrichtigungen nun Einstellungen für mich festlegen. Ein interessanter Punkt ist hier der oberste Punkt allgemeine Aktivität. Hier kann ich festlegen, über welche Aktivitäten ich benachrichtigt werde. Der für mich allerdings weitaus interessantere Punkt ist hier in der Mitte Benachrichtigungen blockieren und hier kann ich einstellen, wann ich keine Benachrichtigungen erhalten möchte. Im ersten Punkt während der ruhigen Zeit kann ich nun einstellen, ob zu bestimmten Stunden oder ganztägig gewisse Zeitfenster definiert werden, in denen ich keine Benachrichtigungen erhalte. Schalte ich hier zum Beispiel die Option bestimmte Stunden ein, kann ich nun feststellen, dass ich, dass ich während der ganzen Woche von 18 bis 7 Uhr keine Benachrichtigungen erhalten möchte. Das gleiche könntest du auch noch ganztägig definieren, dass du Samstag und Sonntag ganztägig keine Benachrichtigungen erhalten möchtest und an den anderen Tagen wie oben definiert eben nur von 18 bis 7 Uhr nicht. Darunter gibt es noch die Möglichkeit, dass wenn ich am Desktop aktiv bin, ich keine Benachrichtigungen auf mein mobiles Gerät bekomme. Und zu guter Letzt könnte ich auch noch einstellen, dass auf meinem mobilen Gerät keine Benachrichtigungen angezeigt werden, wenn ich in einer Besprechung bin. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video Möglichkeiten zeigen, wie du in Teams gewisse Einstellungen so treffen kannst, dass Teams für dich komfortabler zu nutzen ist. Ich persönlich möchte unbedingt vermeiden, dass meine Schülerinnen und Schüler dauernd mit Benachrichtigungen oder aufpoppenden Aufgaben in Teams quasi belästigt werden. Sowohl für uns als Lehrerinnen und Lehrer, als auch für unsere Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, auch einmal eine Zeit zu haben, in der man nicht erreichbar ist und das, hoffe ich, kann man mit diesen Komfortfeatures gut erreichen.